Dieser wunderschöne Ford Kuga Titanium EcoBoost könnte schon bald vor Ihrer Tür stehen. Herzlich Willkommen im Auto aus Wiesmann. Der Euro 6.2 Benzinmotor erfüllt die neuesten Umwelt- und Abgasvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen und anklappbaren Außenspiegel bieten beste Übersicht. Fünf Türen erlauben einen leichten Einstieg, besonders hinten. Hier sind die Scheiben abgedunkelt, das sieht schick aus und lässt die Sonne draußen. 17-Toll-Live-Metallräder unterstreichen den luxuriösen Charakter. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder, wir haben immer super Angebote. Die beheizten Vordersitze mit Lederstoffpolsterung bieten viel Komfort. Fußmatten gehören bei uns dazu. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem Kuga schützt Sie rundum mit ABS, ESP, Airbags, Nebellampen vorne und der heizbaren Frontscheibe. Die automatische Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Zum Radio gehört auch ein Navigationssystem und ein Bluetooth-Freisprecher vom typischen Getreide. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis, auch telefonisch. Mit diesem schicken SUV Ford Kuga Titanium EcoBoost und seiner umfangreichen Ausstattung werden Sie viel Spass haben. Und da bin nichts passiert unterwegs, hat der Wagen zwei Jahre Garantie. Auf Wunsch keine Verlängerung. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie in Probe. Das Team von Wisman freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen.